yo leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge gta online ich bin wieder hier zusammen mit dem steven und zwar zu zweit sind wir hier nur in einem deathmatch ich habe leider etwas einen kleinen fehler gemacht ich habe auf die zeit auf 15 minuten eingestellt und wir nutzen alle waffen die wir finden also auch spring waffen ja alles mögliche bist du gestorben jetzt ja jetzt werden weg jetzt hier genau bist du im bus achter ja mit der schade 1 1 kann man hier nicht unterfliegen kann man nicht war doch nicht so gefährlich wie ich gerade eben dachte schade kann man hier unterfallen ich will es gar nicht testen nein das schild ist runtergefallen die absperrungen so einfach runtergefallen ich glaube ja was glaubst du ich glaube ich bin unter dir sag mal wo bist du wir wollten unbedingt dass der zug dass es dazu kommt dass wir 30 kids haben eine also und jetzt steht einfach immer noch 1 0 nach fünf minuten fast wo kann ich mit dir rechnen ich glaube ich habe nicht was da nein also weißt du wie wenig leben ich ja 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 so du bist direkt hier ja ja scheiße so 32 32 wir haben hier die elf über der hälfte der zeit vorbei und 5 5 5 kills ist natürlich mehr aber jetzt gezählt nur fünf kills ich weiß ja wo du bist du weißt ja wo ich bin ja ich war bei mir komplett ich habe dich dann davor noch getroffen so 42 wo bist du hin jetzt mal ernst davon bist du hin aha hast mich nicht getroffen aber ich bin ich ja bei 4 1 plus 8 haftbott die könnte man nicht auch mal benutzen schade 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 keine ahnung man willst du einfach für mich schießen vielleicht so ein bisschen freiwillig hier nein meine dich getroffen nein dort selbst wurde wieder ein punkt abzug michael wurde davon gleich weggezogen ja ja meine ich ja meine ich ja den hättest du ja dazu bekommen ach so nein ich hab selbst und nein ich krieg auch einen punkt abzug jetzt konzentration und zack nein scheiße jetzt benutzt mir gerade nur noch haftbott irgendwie siehst du mich eigentlich immer noch als roten punkt nein 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 ich weiß dass du da auf pumpen setzen wirst scheiße ja ich bin extra nichts davor gegangen nein nein du hast gewonnen 15 sekunden komm ich versuch's aber noch mal ich kann noch mal rein ach ich häng hier fest wahrscheinlich krieg's gleich noch mal einen punkt weil ich jetzt nicht zurückgehe oh nein nein das war klar einfach so wenig käse auch noch oh ich verfalle und erledige einen gegner war das ziel wie sollte man das ziel erfüllen bitte scheiße gut leute ähm ähm ich weißt du das ist schon ein scheiß ähm ich würde sagen wir hängen noch eine kurze runde dran oder Steven ja also bis gleich so heute jetzt sind wir in der zweiten runde endlich es hat so lange gedauert ähm und ja wir sind zusammen mit Steven in deinem Team jetzt und achso wir tun nur so achso wir tun nur so ok alles klar lass uns gegenseitig töten ha mein Fenty feiern wir da würde ich dich jetzt töten glaub mir Steven da würde ich dich jetzt hier wirklich warte obwohl ey 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 können wir uns da schon ne können wir uns da gegenseitig töten oh ja 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 ich weiß nicht ich hoffe mal wir gewinnen diesmal das heißt stimmt die letztens hat den anderen auch ja 2-0 achso ja ich hab keinen den nächsten so ich hab den da sind beide hier achso achso einen hab ich den anderen hab ich nice nice man 5-0 wenn wir das wirklich schaffen ohne zu sterben das wär Steven oh ich bin tot du hast uns getötet ich hab dich gar nicht getötet ich auch nicht aber es wurde nichts abgezogen Steven also zählt es nicht ja es war irgendeine explosion von da ja auch hab den killserie ich brenne ich brenne sonst würde da nämlich was abgezogen werden den hast du ja er schießt mit der snipe oh oh ja aber er trifft nicht zumindest bisher ich schieße auch mit der snipe ich nicht habt ihn 8-0 leute 8-0 boah das geht ja fast ähm dann ich bin vorne so gut wie vorne komm da ist Leben vorne noch ich hoffe nicht dass die jetzt von da auf einmal kommen ja sie versuchen zu snipen fuck fuck ich bin so gut wie tot ich will nicht chairmen ich will nicht chairmen nein leute leute oh Leben eingesammelt uh das war so knapp das wär nein wir sind ich bin tot irgendwie voll ding äh ich will unbedingt nicht sterben damit wir zu null gewinnen aber das wäre etwas besonderes wenn man mal zu null gewinnen würde ich weiß nicht man aber ja vielleicht 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 macht noch einer selbstmod dann ich bin tot nein der andere kam dann von der seite egal jetzt ist die aufzeit zu gewinnen aber es war halt was cooles hier jetzt mal zu null zu gewinnen ja ich hab ihn ich hab den mit der steife hä hab ich den nicht in den kopf ok so ne wie es aussieht hä ich hab ihn auch glaub ich in den kopf geschlossen egal jetzt ist er tot jetzt ist er auf jeden fall tot einen hab ich so den anderen hast du so ich brauche ich brauche jetzt unbedingt leben läuft bei uns in der runde jetzt hier läuft echt gut wenn du lobest dann geh in deckung ich bin doch ich bin doch ich bin tot ich bin tot fuck du lernst du nein ich bin tot ich bin tot genau tot hey vorhin bist vorhin genau neben dir ja ja das sagte ich mir gerade auch praktisch aber hab einen der andere ist auch so gut wie tot der andere ist auch so gut wie tot der andere ist so gut wie tot hab ihn gut 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 16 zu 5 hä haben wir nicht mehr doch ich auch lord bin tot egal es ist trotzdem eine erfolgreiche und tot ich denke mal auch dass wir gewinnen also hab den anderen ja nice wäre sehr unwahrscheinlich wenn wir das jetzt noch verlieren würden ging sehr unwahrscheinlich ich habe ihn wo ist der andere ah da 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 lord habt ihr beide ein kill noch ein kill noch ein kill noch ne ja wenn du ihn machst dann machst du ihn damit wir gehen halt beide drauf komm richtig nice ja 20 zu 6 richtig nice erziele mindestens 5g durch Kopfschuss ziel erfüllt yes ok was haben wir jetzt für nicht 100 level 122 habe ich jetzt gut dann würde ich sagen hoffentlich hat es euch gefallen vielen dank fürs zuschauen hoffentlich bis zum nächsten mal und ciao ciao